Morgens, hier ist er wieder, euer Dutchman. Warum begrüße ich meine Zuschauer so und nicht anders? Weil ich finde, dass jedem meiner Zuschauer ein eigener, kompletter, guter Morgen zusteht, den er mit niemandem teilen muss. Da aber Ein- und Mehrzahl des Wortes Morgen identisch sind, habe ich mich entschlossen, auf diese Weise akustisch klar zu machen, dass ich die Mehrzahl meine. Orthographisch nicht korrekt, aber moralisch vertretbar. Ich werde meinen Kanal hier nicht zeigen, bewerben, vorstellen oder viele Worte über ihn verlieren. Das hat nämlich bereits eine charmante junge Dame getan, die sich hier ebenfalls als Sprecherin vorstellt. Motoko, der ich hier einfach mal die Daumen drücke. Den Link zu ihrer Vorstellung meines Kanals auf ihrem Kanal findet ihr unten in der Beschreibung. Das war's auch schon. Ich verabschiede mich und bin damit gone in less than 60 seconds. Oh, oh.